Was macht Kinder froh und Erwachsene ebenso? Was ist einfach her und mein Geheimat her? Haribo, das ist das Bruch und Grund für jedermann. Denn es schmeckt einfach gut, so fährenstark, das ist Haribo. Ja, es macht Kinder und Erwachsene froh. Haribo, Haribo, ab in der Schule oder im Büro. Ein jeder kann es gut verstehen, dass es so schmeckt, wo-ho-ho, denn es ist Bruch von Grund von Haribo. Haribo Es wirkt beim Frischverliebten ebenso. Beim Kauen, Lutschen, Naschen macht es alle Herzen froh. Das ist das Bruch von Grund von Haribo. Haribo Ich stehe dabei, wenn du auf Reisen bist. Mit Gold der Stecken, Colorado, Trophie, Brotila, Gritz. Erreichst du jedes Ziel so schnell wie der Blitz. Das ist das Bruch von Grund für jedermann. Denn es schmeckt einfach gut, so fährenstark, das ist Haribo. Beim Kauen, Lutschen, Naschen macht es alle Herzen froh. Und alle Pärchen werden bei den Dummi-Pärchen, oh-ho, die absoluten Fans von Haribo. Haribo 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 Vielen Dank.